Arminia Bielefeld ist aufgestiegen. Das können wir zwischendurch bekannt geben, für die, die es noch nicht wissen. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Ja, natürlich! Arminia Bielefeld ist aufgestiegen. Ich grüße daher alle Fans, die wie ich mitgefiebert haben. Heute beraten wir aber einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Strafgesetzbuches zur Modernisierung des Schriftenbegriffs. Ich komme nicht umhin, festzustellen, dass der Bundesregierung aus meiner Sicht etwas Außergewöhnliches gelungen ist. Sie hat einen Entwurf zum Strafgesetzbuch vorgelegt, bei dem ich nicht schon in der ersten Lesung meine Ablehnung zum Ausdruck bringen muss. Da das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im Bereich Strafrecht offenbar auch zu sinnvollen Vorlagen fähig ist, wäre es doch möglich, die unzähligen Strafrechtsverschärfungen der vergangenen Jahre einmal ausgiebig auf ihre Tauglichkeit zu evaluieren, so wie es meine Fraktion Die Linke schon lange fordert. Dafür werde ich jedenfalls als Ostwestfale und Bielefelder weiter streiten. Stur, hartnäckig und kämpferisch. Vielen Dank. Stur, hartnäckig und kämpferisch.